Ihr Leute, könnt euch dann natürlich wieder direkt Demo gegen die Rechts, könnt ihr euch diese kranke Scheiße in unserem Land vorstellen, ich kann das nicht mehr. Nein, ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen, Dillenherz, ich gebe dir da auch vollkommen recht. Mahnwaffe angegriffen. Das ist der erste Anfang, ganz ehrlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie viele Menschen sind schon gestorben, weil Anschläge stattgefunden haben, sei es der 11. September, Entschuldigung, wenn ich es mal aushole, oder generell Berlin, Leipzig, Köln, wo auch immer, ja, es sterben so viele Menschen, genau aus diesen Gründen, weil einfach falsche Interpretationen von den Glaubensrichtungen gezeigt werden, was eigentlich im Endeffekt gar nicht stimmt, ja. Meine Freundin und ich, wo wir im LKW heute saßen, haben darüber diskutiert und ich finde es einfach nur traurig, dass die Menschen einfach missverstanden werden, egal von welcher Situation her gesehen oder egal von welchen Glaubensrichtungen und ich finde es einfach nur grausam, was hier einfach abgeht in Deutschland. Wir müssten einfach mal alle sagen, und jetzt ist Schluss, wir brauchen endlich wieder eine normale Zeit, wo wir alle Menschen zusammen an einem Strang ziehen können, egal ob sie sitzen, was auch immer, mir scheißegal, aber hört auf.